Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man bei Paypal sein Geld zurückbuchen und somit seine Überweisung zurückziehen kann. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. In der App ist dieser Vorgang leider noch nicht möglich, weswegen wir mal einen beliebigen Browser öffnen müssen, anschließend in der Adresszeile www.paypal.com eingeben und dann natürlich auch mit dem entsprechenden Konto einloggen. Wenn das geschehen ist, dann können wir jetzt entweder auf unsere Überweisung direkt klicken, wo wir das Geld wieder zurückfordern möchten oder aber wir gehen erst einmal auf Aktivitäten hier oben drauf und anschließend können wir wieder unsere Transaktion auswählen. Deswegen einfach mal hier draufklicken. Paypal empfiehlt, wenn man einen Artikel von einem Verkäufer kauft, dass man unbedingt das Ganze mit dem Käuferschutz machen soll. Bedeutet einfach, der Verkäufer zahlt eine kleine Gebühr, aber du hast viel größere Chancen, wieder an dein Geld zu gelangen. Nicht so, wie wenn du das Geld an einen Freund kostenlos sendest. Wenn das also geschehen ist, dann solltest du am besten trotzdem im ersten Schritt mal den Transaktionscode kopieren und den Verkäufer kontaktieren, denn dieser kann natürlich auch einfach mal einen kleinen Fehler machen. Wenn das aber nichts gebracht hat, dann sollten wir unbedingt einmal hier rechts unten auf das Feld Problem melden klicken. Auf der nächsten Seite können wir mal noch zwischen verschiedenen Problemen auswählen und Paypal informiert, aber trotzdem nochmal darüber, dass man den Verkäufer auf jeden Fall bereits schon kontaktiert haben sollte. Wir haben ja das gemacht, deswegen wähle ich einfach mal den Punkt, ich habe einen gekauften Artikel nicht erhalten, was ja meistens der Fall dann ist, aus weswegen ich hier draufklicke. Jetzt haben wir die Möglichkeit, dass wir noch detailliertere Angaben zum Kauf machen, zum Beispiel Bestand die Bestellung aus mehreren Artikeln oder aber auch, ich kann eine PDF oder ein Foto von dem Chatverlauf mit dem Verkäufer zum Beispiel hier hineingeben oder eine Rechnung. Das ist vollkommen egal und natürlich hier unten drunter auch noch detailliertere Angaben reinschreiben. Desto mehr Infos, desto sicherer ist es auf jeden Fall, dass man sein Geld wieder bekommt und wenn das alles gewissenhaft ausgefüllt worden ist, dann muss man mal hier unten noch auf den Button Senden klicken. Nun hat der Verkäufer 20 Tage Zeit, das Problem zu lösen und wenn auch das nichts bringt, dann können wir uns noch einmal an Paypal wenden und wirklich auch den Käuferschutz in Anspruch nehmen. Und somit haben wir dann hoffentlich auch schon bei Paypal unser Geld erfolgreich zurückgebucht, auch wenn es natürlich einige Zeit dauert. Wenn du dir übrigens das derzeit beliebteste PC-Zubehör im Internet einmal anschauen und vielleicht auch etwas davon zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den beliebtesten PC-Zubehörprodukten. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geöffnet hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.